Herzlich Willkommen bei Alpinestars, heute auf der Bike Linz. Ich darf euch jetzt heute unsere neue Racing Replica Kombi vorstellen. Diese hat die Möglichkeit mit dem Tech Air Airbag System nachgerüstet zu werden. Das ist jetzt Technologie direkt aus der MotoGP. Das bedeutet, dass in diese Lederkombi ein Airbag System, was ein vollkommen autark elektronisch arbeitendes Airbag System, verbaut werden kann. Die Lederkombi besitzt fünf Sensoren, sowohl in Armen und Beinen, sowie im Rückenbereich, über die wir Beschleunigungswerte erkennen und berechnen. Und darüber dann die Zeit sozusagen voraussagen, ob sie in einer Unfallsituation sind und dementsprechend Airbag in diesem Bereich hier auslösen. Die weiteren Schutzfaktoren der Lederkombi sind Polyethylenschleifer im Schulterbereich, sowie hier im Ellenbereich, die dann einen wunderbaren Abschluss mit den passenden Handschuhen geben, um einfach auch rutschunterstützend im Falle von einem Unfall zu wirken. Wenn man jetzt hier in den Kniebereich geht, so sehen Sie auch dort, dass das ganze Knie auf Stretchmaterial gelagert ist und man dadurch auch eine extrem gute Bewegungsfreiheit im Kniebereich hat. Und im Rückenbereich hat man einen komplett rundum laufenden U-Stretch, der eine hervorragende Bewegungsfreiheit gewährleistet. Die Racing Replica wird es in zwei oder drei Farbmodellen geben und ist ab diesem Jahr bei den führenden Fachrädlern in Österreich vertreten. Ja, auch ebenfalls dieses Jahr als Neuheit, exklusiv bei Alpinestars, ist eine eigenständige Monster-Kollektion. Das bedeutet, dass Alpinestars exklusiv für Motorrad-Straßenschutzbekleidung das Monster-Logo bewirbt. In der Monster-Edition gibt es momentan eine Lederjacke, hier im Stile der GP Plus, was jetzt ein Rennleder ist, die wunderbar kombinierbar ist mit der GP Plus Lederhose und sozusagen als Zweiteiler dienen kann. Und es gibt auch ebenfalls noch den Haunter, was ein einteiliger Lederkombi ist, ebenfalls mit dem Monster-Logo sowohl auf den Armen wie am Rückenhöcker. Also die Racing Replica Kombi, da könnt ihr auch mehrere Informationen direkt bei uns auf der Homepage unter dem Programm Safety finden. Dort wird auch näher erklärt, wie die Sensorik bzw. die Erkennung der Unfallsituation erkannt wird. Und es wird auch ebenfalls näher erklärt, wie unser doppelter Auslösungsmechanismus bei der Airbag funktioniert. Und das einfach auf www.alpinestars.com www.alpinestars.com